Studie zeigt Softdrinks könnten Brustkrebs-Risiko steigern Eine überraschende Studie hat ergeben, dass der Konsum von Softdrinks das Risiko für Brustkrebs erhöhen kann. Forscher fanden heraus, dass Frauen, die regelmäßig Softdrinks konsumieren, ein höheres Risiko für die Entwicklung von Brustkrebs haben als Frauen, die darauf verzichten. Die Studie wurde an einer großen Gruppe von Frauen durchgeführt und zeigte einen klaren Zusammenhang zwischen dem Konsum von Softdrinks und dem Risiko für Brustkrebs. Die Forscher vermuten, dass die hohen Zucker- und Kaloriengehalte in Softdrinks eine Rolle spielen könnten, da sie zu Übergewicht und Entzündungen im Körper führen können, die das Krebsrisiko erhöhen. Es wird empfohlen, den Konsum von Softdrinks zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten, um das Risiko für Brustkrebs und andere Gesundheitsprobleme zu verringern. Stattdessen sollten Frauen auf gesündere Getränke wie Wasser, ungesüßten Tee oder Fruchtsaft ohne Zuckerzusatz zurückgreifen.